So Matthias, wie gefällt es dir? Mir gefällt es sehr, sehr gut. Wir haben uns gerade angefangen und als Vorspeise gibt es jetzt hier Sushi. Und die anderen Sachen werden frisch hier vor unseren Augen hier auf dem Tabernaken-Grill zugehalten. Sieht super lecker aus. Der junge Mann macht alles fest. Die Die